Hallo Frau Lämmchen, das ist die Röngenaufnummer. Was soll ich für Sie tun? Mal schauen, wie es aussieht mit neuen Implantaten, Kronen, Brücken. Ich wollte jetzt einfach mal durchschauen lassen und Sie können mir dann sagen, vielleicht... Haben Sie jetzt Schmerzen? Nein. Okay, dann ich untersuche die Zähne. Okay, danke schön, das wäre alles. Wir müssen ein paar Lücken schließen. Ich möchte oben alle Zähne überkronen. Wir müssen ein paar Füllungen weg sein und sowieso unten auch, rechte Seite. Unten haben Sie eine Lücke auch. Ich möchte eine Brücke machen dort. Hier linke Seite ganz hinten. Ja. Einen Stiftaufbau machen und überkronen die Zähne auch. Okay. Ich schlage vor zwei Schritte. Erstmal machen wir provisorische Kronen, weil ihr Gebiss ist ein bisschen... die Baucherhöhung. Sie sind mit die provisorische Lösung für zwei Monate circa. Und dann wir machen die englische Brücken und Tonen auf. Okay. Deshalb müssen Sie zweimal kommen. Zuerst für die Langzeitprovisorische. Die Behandlung dauert zwei Stunden circa. Und Sie müssen für circa fünf Werktage kommen. Und dann wir ergeben die Brücken und sie zurückkommen nach zwei Monaten. Und wir machen die englische Kronen. Okay. Das dauert auf circa fünf Werktage. Okay. Okay.